um ist nach links anschauen ach so 1 plus 1 und 2 das 1 plus 3 plus 2 das Buch ist es weg wie gerade plus 2 das 1 also 4 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus die 3 dann haben wir 15 plus die 2 plus die 1 plus 2 minus 3 plus 2 nee nee sind wir bei 22 also ich gehe die Lösung nochmal durch also du hast geschrieben plus 4 haben wir dann 2 plus 1 plus 1 plus die 2 plus die 1 plus die 3 dann kommt die plus die 2 plus 1 plus 2 minus 3 plus 2 plus 1 plus 2 nee kommen wir auf 22 nee ist nicht richtig ist nicht richtig gewesen die erste Lösung 4 plus 2 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 2 plus 2 plus 1 plus 2 nee nee kommen wir auf 22 2 Stunden später so ähm nee sind 22 wir brauchen 21 2 Stunden später. Kann man anfangen, die 1 vergessen. Hä? Was? Wie, die 1 vergessen? Hä? Hm. Stream hängt? Was? Der Stream hängt? Was? Was? Stream hängt? Was? Was? Kann gar nicht sein. Flammen aktualisieren? Hängt der Stream echt jetzt? Das wäre mies. Ähm. Vor allem, wieso muss ich die Windräder reparieren? Für den dämlichen Professor. Warum muss ich das machen? Ich verstehe es nicht. Ähm. Die rote 1 hast du vergessen. Ja, die zählt ja dazu. Naja, das ist ja so ein bisschen so, wo ich auch gerade ein bisschen... Hallo Schnorri, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ähm. 4 plus 2 plus 1. Plus 1 plus 2 plus 1. Er läuft gut. Okay. Solange er läuft. Bei mir lädt er gerade auch irgendwie die Werbung wieder nicht. Keine Ahnung, warum er da wieder hat. Ich weiß es nicht. So. Ja, willkommen zum Live-Let's Play von Adams Venture. Kann es sein, dass es so ist? Warte mal. Ne, verdammt scheiße. Dabei kommen wir ja auch auf 22. Scheiße. Fuck. Mist. Das gibt's doch nicht. Verdammt. Die Dreifel sind nochmal da oben. So, neue Lösung. Neues Glück. Ähm. 4 plus 2 plus 1 plus 1. Plus 2 plus 1. Plus 3. Plus 2. Plus 1. Warte mal. Hä, was? Plus 2 plus 1. Warte mal. Ich geh das nochmal nach Reihen. Das ist ein bisschen schwierig so mit dem Chat hier zu verfolgen. Ich probiere es nochmal. Also plus 4 plus 2. Plus 1 plus 1. Plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1. Hä? Hä? Warte mal. 4 plus 2. Dann ist es plus 1 plus 1. Plus die 2 plus die 1. Plus 3 plus 2. Plus 1. Wie soll ich auf minus 3 kommen? Ich komme auf die minus 3 komme ich nicht drauf. So. Warte mal. Ich habe mich selber verhauen. Quaass. Ich komme da gar nicht auf die minus 3 drauf. Ah, das ist aber auch knifflig. Verdammt. Das ist aber auch. Hm. Ähm. 1 plus 2. 1 plus 2. 1 plus 2. Plus 4. Plus 1. Plus 1. 1 plus 1. Plus 1. Plus 3. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Minus 3. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Technologie is scaring off the birds Yeah Yeah Jawoll, dankeschön, oh mein Gott Oh mein Gott, eins kommt noch, oh Gott Hilfe Oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein, was guckt der da rüber Ich krieg das mit dem Windrad auch nicht hin, also frag mich nicht Blöde Kuh So, Entschuldigung Aber ich soll das machen, oder was? Da plöpp noch, äh Gegenstände auf So Alter Schwede Wieso läuft der Stream bei mir nicht? Also ich meine jetzt hier, äh, Kontrollmonitor mäßig So Guck dir mal durch, hier Sieben Neun Sind acht Neun Zehn Ne Und das nächste Es wird immer So, warte mal Fünf Sind vier Sechs Sieben Acht Neun Elf Zehn Zwölf Jep Vierzehn Zwei Zwei Warte mal Eins Und Minus 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 drei sind Sechs Plus Vier sind Zehn Plus Zwei Sind Zwölf Minus Drei Sind Neun Plus Drei Sind Wider Zwölf Plus Fünf Sind Siebzehn Sechzehn Achtzehn Neun 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 Man Mist Boah Diese Rätsel Neun 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 Scheiße Neun Neun Zwölf Verdammt Neun Neun Vier Weniger Zwei Neun Sind Acht Plus Vier Sind Zwölf Plus Zwei Sind 14 Weniger Zwei Sind Elf Nuss 1 und 10 Nuss Zwei Sind Acht Plus Drei Sind Elf Plus Fünf Sind Na Fünf Sind Nuss 1 und 15 Plus Zwei Sind Das war Oh Yeah Jaa Jaa Sehr souverän Gelöst Flexi Mein Gott Äh Was Äh Hallo Ich 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 Wieder Ich Ich Okay Okay Wiii Ich Hätte Interessieren Wenn ich da loslasse Wo ich da hinkomme In der Open World Wahrscheinlich Diese Open 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 World So Open Open World Open World Äh wie komme ich Wie komme ich Achso hier ist eine Brücke Die habe ich ganz vergessen Ich bin so Ich bin Ich bin mega Mega verwirrt Jetzt gerade hier Weil ähm Huch Alter Wird die Gegenstände aufplöppen Plöp 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 Ich verstehe es nicht Professor Genau Für ne dämliche Kaffeetasse Für ne dämliche Kaffeetasse Du willst mich auch verarschen Oder Du willst mich Wie sie da runter Gucken Huch Wii Äh Hallo Ladebildschirm Für ne dämliche Kaffeetasse Haben wir das jetzt gemacht Dass er Strom hat Für seinen dämlichen Piss Kaffee Oder was Ich könnte so kotzen Das gibt's nicht Das darfst keiner erzählen Alter Das darfst keiner erzählen Alter Dieses Das gibt's nicht Dieses Spiel Entschuldigung So Wo kommen wir denn jetzt schon wieder hin Tempelkirche vom Lutz Okay So Wie sieht man die Kufe Liegt Wii 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 Warte Hör auf damit Hör auf damit Äh Entschuldigung Ich äh Oh Oh Hallo So Warte mal Ähm Schalte den Projektor an Ja das krieg ich wahrscheinlich hin We got him to talk You didn't spike his coffee Did you Was ist das denn Was ist das denn Oh Gott ist mir Bitte mit Äh 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 Ist das richtig gewesen jetzt Äh 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 Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber auf jeden Fall, äh, Larve-Jokes! Klarbeck! Oh, guck mal, voll laut! Entschuldigung, pfff! Was macht der immer die ganze Zeit mit seiner Hand da? Entschuldigung für mich, aber wo hast du geschaut? Charles war ein Mitglied der Templer-Order. Also habe ich vermutlich, dass er bei der Templer-Kirche nahe war. Ich nehme dich da. Seid mich! Natürlich folge ich dir, Opi! Coca-Cola mit Aroma hebt den Opa auf die Oma! Das ist meine Zeit. Das ist meine Zeit. Das ist meine Zeit. Uah! Sie läuft auch sehr merkwürdig, ne? Huch, hallo! Gehe zu Kirche. Ist unsere nächste Aufgabe. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Warte, warte mal. Stopp! Was ist hier? Hier, du bist ein Pant. Wie ein Pant. Wie ein Pant. Wie ein Pant. Wie ein Pant. Oh, Siri, lass uns ein Leben machen. Ich bin nicht hier, was... Wie ein Pant. Was? Was? Kann ich das nochmal wiederholen? Ich hab's nichts. Ich, ähm... So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen, was er gesagt hat. Du nimmst dann den Dings und du nimmst den Dings und davon bleibt dann die Quersumme mal Pi mal 7, nee 3,41 oder was es ist. Bleiben die alle an? Bleiben die alle an? Aha, okay. Was steht da? Konstant, was? Konstanz... Brenner... Okay. Was? Ähm... Huch? Was soll ich... Ich bin... Ich hab überhaupt gar keinen Plan, was ich hier machen soll. Was macht sich denn da? Was? Ich hab das so... Hä? Ich hab überhaupt nicht gelesen, was er da... Was er da gesagt hatte irgendwie. Ich hab das teilweise mitbekommen, aber so schnell war, dass es... Das hab ich jetzt so schnell gar nicht geschnallt, was er gesagt hatte. Er sagte irgendwas von... Ja und dann hier und da und... Was ist das denn? Äh... Ähm... Bitte was? Was ist das denn? Ja. Ja, ja, ja. Du mich auch. Halt den Bubble und mach das rätselfertig. Ich will in die Kirche. Ich will beten. Warte mal hier. Hallo? Ah, warte mal. Okay. Wie waren das da hinten nochmal? Wir haben vier Glocken. Da sind eins, zwei, drei, vier, fünf Noten. Oh Gott. Glocke läuten. Ich bin sehr musikalisch. Man glaubt es mir an, ne? Die Noten stehen wahrscheinlich für die andere Ordnung der Grabsteine. Ich glaube eher, dass die Noten wahrscheinlich stehen für die Glocken. Vermute ich mal eher. Also tief, ganz hoch, mittel, aber wir haben nur vier Glocken. Hä? Hä? War doch richtig, oder? Hier ist die höchste, ne? Er hat Glocken gesagt. Einfach so. Pfff. Entschuldigung. Ähm. Also, es sind ja nur vier Tonhöhe. Und hier sind es insgesamt... Eins, zwei, drei... Ah, es sind auch vier. Ah, warte mal. Der ganz hohe wird zweimal gespielt. Also erstmal ganz niedrig. Ganz hoch. Das kann ich mir merken. Also ganz niedrig. Ganz hoch. Yeah. Was ist das? Was ist das? Das ist... unglaublich. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Ich dachte, mit dem Grabstein wäre irgendwas gewesen. Aber das war, glaube ich, nur anschalten. Kann hier mal jemand Licht machen? Ich sehe überhaupt nichts. Hallo. Das ist ein komisches Geräusch. Hm. Interessant. Aha. Interessant. Er guckt sich da irgendwelche Behälter an. Ist es so dunkel hier? Das ist so ein komisches Geräusch. Iiii. Da will ich gar nicht reingehen. Iiii. Wege weg. Iiii. Lass das. Nein. Wir haben schon die, die, die schwinden bei Call of Duty Black Ops Zombie gereicht. Ich habe schön an den Glocken gespielt. Ja, das stimmt. Ich brauche Feuer. Mhm. Hier ist Feuer. Warte mal, kann ich da irgendwie das Feuer... Ah, guck mal hier. Eine Fackel. Ja. Kann ich jetzt hier anzünden? Die Fac... Ah. Jawoll. Ist ja schon wesentlich, wesentlich heller hier drin. So, pass auf. Achtung. So. Ich glaube... Ich glaube, das ist ein Soundbug, den wir gerade haben. Der geht mich nicht weg. Alter, diese... Boah, das... Das nervt aber voll, ne? Ohne Scheiß. Das nervt volles Rohr. Krr. 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 Ja, komme ich eh nicht dran. Aber er hält seinen Arm direkt durch die Stäbe. Er kann durch die Stäbe greifen. Man sieht es, er kommt normalerweise, könnte er sogar in die Kiste greifen. Ja, aber er sagt, es ist verschlossen. Ja, guck mal, er hat seine Hand schon quasi an der Kiste dran. Aber trotzdem kann er sie nicht öffnen, weil sie verschlossen ist. Ja, also es funktioniert nicht. So. Schauen wir mal. Ich betätige jetzt einfach mal den Hiedel, den Hiedel vor allen Dingen. Was ist denn los? Den Hebel. Den Hiedel ist... Die Hiedel. Und dann mal schauen, welche Hiedeltür aufgeht. Ja, natürlich. Genau. Boah, das Geräusch, das nervt. Sowas von. Was macht der denn mit seiner komischen Hand? Die Handbewegung da. Das macht mich nervös. Hör auf damit. Oh, hallo, halt da. Hör auf den. Das sieht so... Das sieht so falsch aus. Ja, Upi. Upi. Ich bete dich an. Du brennst. Alter, das sieht so falsch. Das sieht so falsch aus, wo man die Hand hinhält und so komisch guckt. Upi. Um, um, um. Alter, dieses Spiel. Ich hätte es, glaube ich, erst ab 22 Uhr streamen dürfen. Das ist so... Alter, dieses Spiel. Oh mein Gott, ich feiere das jetzt schon. Puh. Oh. Ein.